du musst dir vorstellen du stehst auf dem feld oder anderswo es ist schönes wetter du freust dich dass du hier mit deiner drohne fliegst unwahrscheinlich geile shots machst und dann passiert folgendes jemand anders übernimmt die kontrolle über deine drohne glaubst du nicht pünktlich zum start der drohensaison in diesem jahr da gibt es leider sehr viele negative nachrichten die ich euch hier mal in diesem video darstellen möchte in fast allen dj drohnen haben informatiker der ruhr universität bochum jetzt 16 teils schwerwiegende sicherheitslücken entdeckt diese ermöglichen es jetzt beispielsweise die seriennummer der drohne zu ändern die ortung der drohnen durch sicherheitsbehörden außer kraft zu setzen auch die eingebaute flugsperre in flughafennähe ließ sich darüber umgehen in bestimmten angriffsszenarien konnte die drohne sogar aus der ferne zum absturz gebracht werden und das mit handelsüblichen technischen bauteilen die überall auf dem markt frei erhältlich sind alle einzelheiten sowie die möglichkeiten was du jetzt unbedingt tun musst um dich zu schützen erfährst du jetzt in meinem video ich wünsche dir ganz viel spaß beim anschauen gehen wir das szenario von eben nochmal durch du kannst nichts mehr machen die drohne lässt sich nicht mehr von dir steuern jemand anders hat die kontrolle über deine drohne übernommen im schlimmsten fall kann er sie abstürzen lassen aber da deine drohne natürlich über dich und deinen namen beim luftfahrtbundesamt registriert ist können natürlich noch ganz andere dinge passieren bzw wenn man die drohne missbraucht was kommt da alles noch auf einen zu ich möchte mir das gar nicht ausmalen jetzt schreibt mir mal in die kommentare was ihr machen würdet eure drohne fliegt ihr habt die steuerung verloren jemand anders hat die steuerung über diese drohne was macht ihr ich würde mir jetzt sozusagen in diesem fall kaum was einfallen lassen ich wäre erst mal geschockt und würde überlegen was kann ich machen das was ich euch hier gerade dargestellt habe ist natürlich ein horrorszenario und wir hoffen dass es keinen von uns trifft zur weiteren einleitung musste natürlich erst mal die technischen daten verstehen es gibt seit jahren schon ein dj sicherheitssystem und dazu musst du wissen das chinesische unternehmen dj stellt nicht nur die weltweit meistverkauftesten drohnen her sondern auch ein system um deren flugbewegung natürlich auch zu überwachen und gegebenenfalls auch zu unterbinden dieses system heißt aeroskop wer mehr darüber erfahren möchte es gibt ein richtig tolles video dazu was auf englisch ist aber ich nutze jetzt teilweise ausschnitte aus diesem video um euch das so ein bisschen mehr zu verdeutlichen natürlich habe ich euch dieses video hier in meiner video beschreibung verlinkt ok also jetzt weiter zum thema aeroskop das ist alles soweit bekannt und auch gut so dass es dieses system gibt aber dieses system kann man natürlich auch frei auf dem markt erwerben wie man hier sieht es besteht aus einer antenne einer stationären einheit und der dazugehörigen software das aeroskop system ist mit allen modellen von dj kompatibel analysten schätzen dass die drohnen von dj annähernd so zwei drittel des weltweiten zivilen drohen marktes ausmachen aber dieses aeroskop system ermöglicht es den betreiber telemetriedaten von allen dj drohnen im umliegenden luftraum einfach zu verfolgen in der tat ist es ein drohen kennzeichnungssystem das sicherheitsteams an flughäfen gefängnissen landesgrenzen und sicherheitseinrichtungen mit daten versorgt die erforderlich sind um effektiv und schnell vor eindringlingen angriffen drogen transporten missbrauch geschützt zu sein das muss natürlich auch sein denn es gibt nicht nur die freundlichen drohnen piloten so wie wir es sind durch das abfangen der aktuellen kommunikationsverbindung zwischen einer dj drohne und ihrer fernbedienung kann aeroskop echtzeit identifikations informationen einschließlich seriencode marke modell position geschwindigkeit breitengrad und position des piloten bereitstellen dies ermöglicht es dem betreiber maßnahmen gegen die drohnen bedrohung zu ergreifen und gleichzeitig strafverfolgungsbehörden sicherheitsteams zur erfassung des piloten zu entsenden es ist natürlich ein bisschen kompliziert hier immer bei diesem video dran zu bleiben deswegen versuche ich auch teilweise langsamer zu werden denn es ist wichtig zu verstehen dass dieses system natürlich unausweichlich ist was hier wahrscheinlich von uns gar keiner bezweifeln wird aber um den nächsten texte zu verstehen musst du dir vorstellen was passiert wenn du dir mit diesen informationen aus dem aeroskop system einfach mal dein eigenes system zusammenbauen könntest das kann nicht jeder also ich könnte es nicht und wahrscheinlich der großteil von euch der könnte es ebenfalls nicht aber wissenschaftler und technisch versierte talente die schaffen das locker und jetzt wirst du denken die daten von meiner drohne zum dj überwachungssystem die sind doch verschlüsselt und es ist ja ein dj eigenes system was kriminellen missbrauch verhindern soll und genau da setzen die forscher der ruhr-universität jetzt in ihrem veröffentlichten bericht an stellt sich natürlich die frage wie sicher sind sicherheitsprotokolle gegen den missbrauch die fliegenden roboter können flugzeuge bei start und landung gefährden oder zu kriminellen zwecken missbraucht werden in den meisten modernen drohen sind deshalb sicherheitsmechanismen eingebaut die den missbrauch und den flugverkehr gefährdende flüge verhindern sollen das sogenannte geofencing hindert drohnen am eindringen in flugverbotszonen und die eingebaute software die beschränkt die flughöhe und das flugtempo erklärte nico schiller von der ruhr-universität in bochum um drogentransporte und andere kriminelle zwecke aufzudecken übermitteln drohnen des herstellers dj zudem ihre position und die die ihres piloten regelmäßig über ein bestimmtes protokoll das heißt drone id dadurch können natürlich autorisierte stellen etwa sicherheitsbehörden oder betreiber kritischer infrastrukturen bei verdacht einer kriminellen handlung darauf zugreifen ich hoffe ihr könnt mir noch so einigermaßen folgen das wirft nämlich die frage auf wie sicher diese protokolle gegen unberechtigte zugriffe sind schiller und sein team haben daher dj drohnen auf mögliche sicherheitslücken hin untersucht mit dabei waren unter anderem die dj mini 2 die dj r2s sowie die großen modelle die mavic 2 und die mavic 3 was aber nicht bedeutet dass die anderen drohen modelle von dj nicht davon betroffen sind sie wurden schlichtweg nur nicht ausgewählt für diesen test das ist ganz wichtig die forscher testeten zunächst das drone id protokoll darauf wie gut es gegen unautorisierte eingriffe geschützt ist dafür nutzen sie reverse engineering der dji firmware und das von den drohnen ausgesendete funksignal um das nicht dokumentierte tracking protokoll erstmalig genauer zu analysieren wenn ich ganz genau weiß was reverse engineering ist dem erkläre ich noch mal ganz kurz aber die erklärung ist allein schon relativ kompliziert also es ist der prozess der analyse eines systems mit dem ziel die komponenten des systems und ihre beziehung untereinander zu identifizieren und die repräsentationen des systems in anderer form auf einer höheren abstraktionsebene zu erstellen jetzt wird es aber richtig spannend denn die forscher sagten wir konnten zeigen dass die übermittelten daten nicht nicht verschlüsselt werden sondern dass der standort des piloten und der drohne mit relativ einfachen mitteln praktisch durch jedermann ausgelesen werden kann berichtet schiller welche mittel das sind das kann man hier natürlich nicht sagen und der hammer ist für den prototyp des decoders wurden nur marktgängige frei erhältliche bauteile verwendet schon ein einziges abgefangenes drone id signal reichte zudem aus um drohne und pilot zu orten im nächsten schritt untersuchten die wissenschaftler ob sie auch aktiv in die kommunikation und funktion der drohnen eingreifen können aber wir haben die drohne an einen laptop angeschlossen und zunächst geschaut wie wir mit ihr kommunizieren können und welche schnittstellen uns dazu zur verfügung stehen erklärte schiller dies ergab dass die kommunikation größtenteils über ein einziges dammel genanntes protokoll erfolgt dieses sendet dann befehle paketweise an die drohne das forschungsteam entwickelte daraufhin einen algorithmus der eine große anzahl an zufälligen dammeleingaben erstellte und sendete dann diese an die testdrohnen und es zeigte sich dass alle testdrohnen dabei sicherheitslücken aufwiesen die forscher sagten wir haben 15 software fehler gefunden die zu einem software absturz führten oder andere arten des unerwarteten verhaltens hervor riefen das muss man mal verstehen einige schwachstellen erlaubten es sogar den angreifern erweiterte zugriffsrechte im system zu erlangen so kann ein angreifer lockdaten und seriennummer ändern um seine identität zu verschleiern das war noch nicht alles weiter im film auch die mittels drohnen id übermittelte position von drohne und pilot lässt sich so fälschen außerdem trifft dj aufwendige vorkehrungen um zu verhindern dass drohnen über flughäfen oder anderen gesperrten bereichen fliegen können auch diese mechanismen kann man umgehen noch gravierender ist natürlich auch noch die tatsache dass die schwachstellen dem angreifer auch erlauben die drohne im flug zu manipulieren und sogar zum absturz zu bringen die einzige voraussetzung dafür ist dass der angreifer über ein entsprechendes gerät zugriff auf die fernsteuerung hat und jetzt denkst du dir sicher du hast natürlich eine fernsteuerung und da kann nichts passieren das kann auch durch das hacken des smartphones passieren wenn der drohnen pilot dieses mit dem drohnen controller verbindet nach ansicht der forschenden besteht damit bei den drohnen deutlicher verbesserungsbedarf und der meinung bin ich ebenfalls unabhängig davon wer eine drohne nutzt muss diese dem vom hersteller zugesicherten sicherheitsstandards natürlich genügen und man muss sich hundertprozentig darauf verlassen können dass die integrität der systeme nicht gefährdet ist so schiller und seine kollegen und sie haben dji vor der veröffentlichung über die 16 gefundenen schwachstellen informiert was ich natürlich sehr fair finde wer das ganze noch mal nachlesen möchte das team um nico schiller vom horst-görz-institut für it-sicherheit in der ruhr-universität bochum stellte die ergebnisse auf der ndss vor die konferenz fand am 27 februar bis zum dritten märz 2023 in san diego in den usa statt aber jetzt stellt sich natürlich die frage was kannst du machen um dich zu schützen und da gibt es eine positive antwort denn dji hat jetzt ein sicherheitsupdate rausgebracht was diese fehler komplett annullieren soll aber das problem ist 2017 gab es schon mal den gleichen skandal über unverschlüsselte daten und da hat dji ebenfalls gesagt ja wir haben ein update rausgebracht und das passiert nicht mehr also meine persönliche meinung ist bitte macht diesen mist weg ich möchte mit meiner drohne ordentlich fliegen können ich möchte nicht von irgendjemand anders gehackt werden na klar gibt es immer hacker und es gibt immer leute die sozusagen auch im gegenpol zu guten leuten arbeiten und irgendwie böse dinge vorhaben das kann mal passieren aber wenn 16 sicherheitslücken aufgedeckt werden von forschern die sich dann das ganze noch mal selber bauen mit materialien die du im handel bekommst dann möchte ich nicht wissen was sozusagen hier im dunklen im verborgenen passiert und ich will es auch gar nicht wissen ich will einfach bloß sicher mit meiner dji drohne fliegen und mich auf dji verlassen können dass die meine daten verschlüsseln was haltet ihr von dieser ganzen geschichte schreibt doch mal gern hier meine kommentare bitte nur ordentliche kommentare und nicht irgendwie drei worte und das ist mist oder irgendwas anderes damit kann keiner was anfangen das ist ein thema was wirklich jeden dji drohnen piloten hier betrifft und deswegen schreibt es einfach mal hier in meinen kommentare lasst uns darüber diskutieren was hier passiert und was hier passiert ist damit sage ich danke fürs anschauen sehr gern bis zum nächsten video und damit tschüss bye bye und winke winke